moin moin liebe leute und herzlich willkommen zur nächsten folge düster applaus schichten hier ist bei mir wie fast immer der gute alte lazy luke schönen guten tag so wie immer leute denkt auch dran wenn ihr selber was interessantes erlebt habt sei es was es auch sein möchte schreibt mich gerne mal an ich bin da immer daran interessiert ich bin auch jetzt gerade zum beispiel mit einem zuhörer im kontakt der ein paar interessante sachen mit zu berichten hat muss auch gar nicht unbedingt alles in der sendung landen ich habe es ja letzt mal schon gesagt da ist eigentlich für jeden schüchternheitsgrad was dabei wie man damit sowas umgehen kann oder auch nicht und selbst wenn es nur für mich persönlich als informationen sozusagen da ist freue ich mich auch schon als mich halt einfach tatsächlich interessiert also schreibt mir auf twitter oder per e mail düstere applaus schichten gmail.com natürlich mit ue als umlaut und damit haben wir diesen kleinen werbeblock auch abgehandelt jetzt kommen wir zum punkt heute ist endlich der tag an dem es bodenständig wird wie lazy luke es sich schon so lange gewünscht hat und gleichzeitig greifen wir den wunsch auf mal über den mars zu sprechen der derzeit eh öfter mal gute presse hat dank den kleinen robotern die da oben inzwischen rumeiern und schöne fotos schicken was ich übrigens tatsächlich faszinierend finde will das jetzt hier gar nicht zu sehr ins deswegen heute düstere applaus schichten mit dem mars ist das nicht was ja ich habe ich habe mir gedacht was gibt es bodenständigeres was gibt es geerdeteres quasi als den mars und deswegen über den master ist ja den den bodenständigen teil des mars und hoffe erhoffe mir von dir dann noch so ein bisschen einen mysteriösen abschluss oder kulturell mysteriösen was auch immer ich weiß ja jetzt schon dass wir dann das wieder als einführungssendung begreifen und zumindest tue ich das auch und dann wieder verweisen können wie man daraus noch weitere folgen kreieren kann die sich dann mit spezialfällen zu also mysteriösen fällen zu maß noch mal gesondert behandeln aber ich dachte mir so ja elon musk ist immer dabei mv musk mv mysteriös mv mein lieblings eis in der kindheit tatsächlich auch mars ice cream mv nervig ich finde ich finde den typen ehrlich gesagt ziemlich unangenehm ja aber damit mache ich mir wahrscheinlich jetzt viele feinde aber das ist so ein ein name der halt immer fällt ich bin da relativ neutral gegenüber eingestellt beziehungsweise am anfang fand ich es auch fasziniert so ihn als person aber das entlarvt man natürlich eigentlich dann relativ schnell auch ja sagen wir mal so in zumindest in der hinsicht dass er eben auch nicht wie soll das dann noch neutral formulieren so die der heilsbringer ist den für den ist sozusagen am anfang oder wie es so am anfang wirkt oder das heißt heilsbringer aber einfach so er hat natürlich auch da keine unfehlbarkeit und manchmal ja zweifelhafte ansichten und das muss man jetzt als gar nicht ausführen ist auch den letztendlich dem kapitalismus natürlich unterlegen und oder nutzt ihn für sich deswegen das muss man muss jeder für sich entscheiden aber diese figur tritt ja auf im kontext raumfahrt deswegen habe ich das jetzt mit reingebracht und das ist ein paar den ich gar nicht groß ausführen möchte diese ganzen verschiedenen mars mission das ist natürlich auch noch mal ein gesonderter bereich wer da wie privat oder staatlich letztendlich was in die wege geleitet hat aber er ist als privatperson ja bekannt dafür ist es nicht auch bei jeff bezos von amazon auch schon mittlerweile soweit da anstrengungen zu unternehmen ja das habe ich letztens auch irgendwie nebenbei so halb nicht wirklich mitbekommen dass der jetzt auch eine glaube ich raumfahrt firma hat oder schon länger hat und jetzt stärker forciert oder so aber ehrlich gesagt also ich finde das zwar immer spannend wenn ich dann so die ergebnisse seht zum beispiel in form von fotos eben aber ich interessiere mich da immer dann wirklich nur so ergebnisorientiert für das ganze drumherum ist mir ja weiß ich nicht stecke ich nicht so drin wahrscheinlich wäre das auch sehr interessant wenn man sich näher damit beschäftigt ist ja bei vielen themen so aber bisher habe ich das nicht gemacht und bin da auch nicht so richtig dann immer up to date kriegt wirklich nur das mit was mir denn hier jeder mitbekommt ja und das ist ja dann schon relativ im mainstream finde ich also er als person mittlerweile und diese bekannten mars mission auch diese privaten oder die sehr zusammenschluss dass man zu sagen ich glaube das ist maß one ist das betitelt der versuch sozusagen da leute zu rekrutieren die aber jetzt gar nicht diesen background haben also es grenzt sich dann ab zu dem zu den offiziellen unternehmungen von bekannten ja raumfahrt unternehmen oder staatlich maß one gibt es glaube ich nicht mehr oder ist das schon gecancelt okay das ja das war ja diese niederländische ja etwas kuriose unternehmung die ja gleichzeitig auch gleichzeitig sozusagen den unterhaltungssektor mit im blick hatte so ein bisschen big brother auf maß mäßig so habe ich es jedenfalls damals mitgekriegt war das gedacht die sind aber die hatten relativ ambitionierte zeitpläne und die haben dann relativ schnell so schon mal nicht geklappt so weit ich mich zu gerne und inzwischen ist das ding glaube ich vom tisch naja also da würde ich mich auch nicht hätte ich mich jetzt nicht beworben oder hättest du ambitionen mit dem ja mit dem hintergedanken dann auch zu sagen gut da kann man riskieren dass das relativ lange dauert und dann dass man vielleicht nicht zurückkehrt wäre sowas überhaupt so ein szenario für dich denkbar nein nicht mal ansatzweise also ich wüsste auch gar nicht was ich auf dem mars soll also außer dass es grundsätzlich natürlich eine faszinierende vorstellung ist dass auf dem mars dann mensch rumläuft so wie es jetzt auch faszinierend ist dass da ein roboter von unserem fährt aber mal ehrlich wir haben hier ja eine welt die relativ gut funktionieren würde theoretisch wenn wir nicht so viel dazwischen hauen würden irgendwie hätte ich immer eher lust meine lebenszeit und energie da auf diese welt zu konzentrieren statt da irgendwo auf so einem wüstenplaneten mit hoher strahlung und keine atmosphäre herum zu dengeln in der hoffnung da irgendwelche schäbigen kleinen kolonien zurecht zu schuster ja gut das ist natürlich dann ich bin heute ein bisschen angriffslustig merke ich ich merke es auch also richtig richtig anti-mars schon vielleicht durch die die figur ilan musk die man schon aufgetaute ist anti-mars-mission ja genau das ich bin gerade so durch den musk in diesen in diese etwas diese etwas aggressive haltung reingekommen merke ich ja aber das ist natürlich weiter gedacht dann schon wenn jetzt das da hoffe ich dann am ende auch den bogen zu schließen bevor ich dann zu dir überleiten kann oder vielleicht zu dem zeitpunkt hast du dann vielleicht noch anknüpfungspunkte punkte aber das terraforming ist ja eine sache auf die ich noch zu sprechen komme die man eben zumindest in der theorie schon mal einmal durchgegangen ist und ja aber dann hat man natürlich diese pionier arbeit davor noch und dann kann man dafür auch nochmal abwägen ist man eher so dieser typ pionier oder wäre man dann dabei wenn das schon so ein bisschen etablierter ist und hätte man dann wiederum andere ja sozusagen pläne und oder würde das nicht mehr so drastisch empfinden da das zu wagen diesen schritt dahin zu fliegen also ich sag mal so wenn der mars jetzt dahingehend terra geformt wäre dass er für mich nicht mehr großartig vom leben auf der erde zu unterscheiden ist sage ich mal also dass ich draußen mich frei bewegen kann ganz normal eben nicht sauerstoff masken und so weiter ob diese anzüge und so solche dinge von nöten wären ja dann würde mich das interessieren allerdings auch dann nur mit mit rückfahrt ticket okay also bevor wir jetzt hier in den bodenständigen bereich ein tauchen in die grundstruktur die ich mir so ein bisschen erarbeitet habe bringe ich mal die filmexistenz hinweise gleich vorweg so ein bisschen die auch die faszination ja ich bin ja eigentlich immer relativ science fiction interessiert auch und das spiegelt sich auch in der filmografie oder meiner watchlist wieder aber das sind ich picke jetzt mal einfach zwei raus die ich dann auch diesmal uneingeschränkt empfehlen kann das ist natürlich auch immer geschmackssache aber der zweite von beiden ein relativ junger film der marsianer von ridley scott ich weiß nicht ob du den kennst mit matt damon in der hauptrolle ja den habe ich gesehen sogar im kino damals den fand ich auch hatte richtig gute stimmung also der das war schon schöner film genau deswegen würde ich behaupten dass ja weil ich gesagt habe geschmackssache aber das ist so einer da haben sich auch verschiedene kritiker und sozusagen das publikum insgesamt jetzt anhand der besucherzahlen vielleicht davon ausgehend so darauf einigen können dass es doch schon wirklich gut gemachter film ist der einmal diese wissenschaftsperspektive mit reinbringt mit ihm als biologen der dann versucht dort ja letztendlich macht er das ja irgendwie aus exkrementen der crewmitglieder den dünger und versucht dann irgendwie das so ein bisschen heranzuzüchten und ja sich selbst auch irgendwie an wasser zu kommen was natürlich auch nochmal eine schwierigkeit ist also ein sehr wissenschaftlicher ansatz aber einfach ein spannender und unterhaltsamer film und ja ironischerweise auch irgendwie als wurde glaube ich sogar als komödie zumindest in die kategorie eben nicht drama sondern in die kategorie komödie eingeordnet hat dann irgendwie meine ich zumindest golden globe oder sogar oscar nominierung zumindest bekommen naja also das als empfehlung und der zweite film das ist dann vielleicht doch wieder der persönliche einschlag ist einer meiner absoluten lieblings filme total recall mit arnold schwarzenegger ja ein sehr unorthodoxer ja eine sehr unorthodoxe art den den maß zu betrachten wir jetzt gar nicht groß den plot nach erzählen aber da sind wir schon einen schritt weiter da ist maßen zum teil bewohnbar aber wird dann genutzt um dort ja letztendlich auch menschenlos zu werden und das ist dann so ein bisschen eine mars kolonie die auch nur zur rohstoffausbeutung benutzt wird und also das australien des 21 johunderts oder 22 oder so und das ist ja auch schon immer interessant deswegen sagte ich vorhin pionierarbeit das ist ja für die leute die damals den nordamerikanischen kontinent dann von europa aus nochmal erkundet haben das ist dann vielleicht zu dieser menschenschlacht der würde dann vielleicht würde man sagen ja eher auch dazu bereit so pionierarbeit außerhalb der der erde irgendwie zu leisten weiß man ich muss man der typ für sein naja bei dieser film ja hat wie gesagt diese ganzen science fiction elemente mit drin und da werde ich später glaube ich noch mal darauf zurückkommen ja was da so an atmosphäre im wahrsten sinne doppelten sinne da noch eine rolle spielt gut aber ein wichtiger punkt ist natürlich auch immer die wortherkunft und das ist hier natürlich sehr sehr geläufig nehme jetzt einfach mal an dass es sich um den römischen kriegsgott handelt der namensgebend ist was ja so schön in seiner quiz sendung mal mit der römische kriegsgott snickers so beantwortet wurde und dann war das geld verloren aris ist der griechische gegenpart zum kriegsgott und ja der kriegsgott deswegen weil diese assoziation blut die sich dann widerspiegelt im roten planet das ist so einer der der gründe warum man letztendlich dann diese bezeichnung gewählt hat und der planet jetzt komme ich schon so ein bisschen ins in den bereich geologie also ich würde sagen ich mache ein bisschen geologie geografie bisschen geschichte und dann kommt nachher so ein bisschen der überschwangen nach dem terraforming ins kulturelle und vielleicht ins mysteriöse ich weiß selber gerade nicht was du noch ob du noch was im gepäck hast aber der rote planet ein bisschen habe ich der rote planet ist natürlich durch das eisenoxid so geprägt also wenn man so will eigentlich im grunde rostig also man könnte jetzt versuchen den maß noch irgendwie mit mit essig und cola da wieder hin zu bekommen um das eisenoxid zu entfernen aber das ist so der maßgebliche anteil der zu der färbung führt der maßgebliche an der maßgebliche anteil und ansonsten kann man noch dazu sagen dass es ein planet der ja etwas kleiner als die erde ist ungefähr ein halbes durchmesser sozusagen und hat ganz wichtig dann natürlich auch nur ein drittel der gravitationskraft das sieht man dann im film der marsianer mit made damien ja auch eindrucksvoll und entscheidend dann natürlich auch was ist an rohstoffen vorhanden deswegen sagte ich vorhin man kann sich auch szenarios überlegen wo das zur ausbeutung benutzt wird nämlich ein punkt was auch in der kruste vorhanden ist ist silizium und das ist ja gerade jetzt in den letzten anderthalb jahren auch immer noch mal in der hochphase der der elektronischen geräte wo das wo es da knappheiten gibt und was immer gesagt wird bei mobiltelefonen und so weiter ist silizium ganz wichtiger stoff deswegen kann ich mir vorstellen dass wenn es dann irgendwann so um die verteilung geht um weitere realistische schritte unternommen werden da was abzubauen dass dann darum auch wieder krieg entsteht und entstehen kann ja was kann man noch sagen es ist natürlich an sich eigentlich eher terrestrischer gegensatz zu einem gasplaneten die es natürlich auch noch gibt in unserem sonnensystem und hat deswegen vergleichbar auch sogar ähnliche jahreszeiten so von der art auf art und weise von aufteilung hat auch mars beben muss man ja sagen nicht erdbeben sondern mars beben und hat allerdings kein richtiges magnetfeld das ist da gibt es verschiedene theorien dazu ob das mal so vorhanden war vor zig millionen jahren und dann entsprechend ja sich sozusagen ausgeschlichen hat und wenn es dann dieses magnetfeld nicht mehr gibt dann gibt es auch nicht mehr ja dann gibt es diese diese struktur wie es auf der erde letztendlich das nicht mehr aus auf die klima ja entwicklung und so weiter auswirkungen haben kann und das ist alles für die atmosphäre fürs terraformen denn auch schon wieder wichtig eigentlich ein magnetfeld zu haben das ist im gegensatz zu anderen planeten aus unserem planetensystem dann doch eben die größte ähnlichkeit aufweicht aufweist sowohl größentechnisch als auch eben was den tages und saisonalen rhythmus angeht ja ja aber genau diese diese elemente die vorhanden sind ob das jetzt silizium ist oder auch sauerstoff ist auch in der kruste vorhandenen eisen alles so sachen diese phoenix sonde hat danach gewesen auch magnesium natrium kalium alles bekannte sachen die auch für pflanzenwachstum letztendlich entscheidend sind aber das allein hilft ja dann auch nicht weil man dann noch mal toxische stoffe in atmosphäre hat und eben das entscheidende das wasser in flüssiger form fehlt und das ist jetzt der entscheidende punkt das ist wirklich was was man jetzt für die diskussion braucht oder später fürs terraforming der entscheidende punkt ist eben dass die der atmosphärische druck so gering ist zum beispiel hatte jetzt zahlen gefunden von um ein prozent im vergleich zum erden atmosphärischen druck und der sorgt eben dafür dass wasser nicht in flüssiger form so existent ist es gibt natürlich diese großen polaren eiskappen auch aber da selbst in diesem leicht saisonalen rhythmus wo sich das ein bisschen verändert kommt es aber nicht dazu dass es sozusagen jetzt sich wasser wirklich in flüssiger form dann ansammeln kann oder sogar ozeane bilden kann auch da gibt es theorien dazu dass das mal vorhanden ist das haben auch schon ich glaube auch untersuchung von der nasa nachgewiesen dass über die bestimmte mineralien konnte nachgewiesen werden dass es mal ozeane gab auf dem mars also da sprechen wir natürlich aber wieder von zeiträumen wie eingangs erwähnt hatte von von mehreren millionen jahren gut aber zur zur geschichte selbst noch mal wenn wir jetzt schon beim beim mars bei der mars sonde phönix sind das war 2008 es fing eigentlich an ja wenn man so will eigentlich natürlich damit galileo galilei der das das erste mal durchs teleskop betrachtet hat betrachten konnte aber maßgebliche entdeckung entwicklung haben dann erst in den 80 18 14 jahren stattgefunden und das waren die herren mädler und bär die auch erste karten erstellen konnten die sind auch federführend letztendlich gewesen bei der mond erkundung schon und das natürlich ein markanter ein sehr geläufiger punkt der olympus mons seines zeichens der größte berg und auch der der größte berg im sonnensystem insgesamt mit einer stattlichen höhe von 21,9 kilometern und die haben das ganze sich dann auch genauer angeguckt in einer art ground level festgelegt weil es gibt ja dann sozusagen kein normalen null keine meeres spiegelhöhe und das muss man natürlich dann auch festlegen für berechnungen was ist denn eigentlich was nehmen wir als unseren standard und haben auch ein meridian festgelegt und ja später nachher klar erst im 20 jahrhundert kamen dann untersuchungen zur zur atmosphäre dazu wie genau ist die atmosphäre zusammengesetzt und dann hat man eben auch die jahreszeiten und die temperaturen sich genauer angeguckt und auch bei den jahreszeiten und bei den temperaturen ist es dann wieder ähnlich also man hat bereiche von dann doch kälter minus 140 grad also etwas kälter als dass sozusagen die spitzenwerte sind auf der erde aber kann bis zu 35 grad also ist eigentlich ein bereich der jetzt nicht das nicht unmöglich macht wie jetzt vergleichbare andere planeten die zu weit weg von der sonne oder zu dicht dran sind also das wäre als würde würde da nicht im weg stehen dann gibt es natürlich auch noch verschiedene wetterphänomene wie die großen staubstürme das wird auch in dem film der marsianer natürlich gezeigt der das ganze natürlich auch noch mal erheblich erschweren könnte ja und die atmosphärische zusammensetzung wobei man vielleicht bei der temperatur also die die mittlere temperatur liegt bei minus 63 grad so ganz optimal ist das dann aber wiederum auch nicht finde ich fragt die fragt die aktis bewohner oder so also es ist schon möglich da das ist natürlich noch im bereich forschungsstationen aber ja ist ich sag mal so es wäre nicht komplett unmöglich so zu überleben aber natürlich unter welchen konditionen und wenn man das nicht einfach aber noch nicht direkt sagen wir mal drei sterne ja klimaanlage muss noch irgendwie mit rein na ja also das und die atmosphärische zusammensetzung dazu noch mit einem sehr hohen anteil sind wir bei 96 prozent kohlenstoffdioxid man hat auch edelgase man hat in spuren sauerstoff aber das ist halt nicht ganz ja unter ein prozent also keine keine bereiche wo man da jetzt irgendwie vergleiche anstellen könnte zur erde also rundum kann man dann schon feststellen dass haben die wurde spätestens dann auch in den 60er 70er jahren schon angefangen mit der mit dem mariner programm dass da erstmals sonden hingeschickt hat wurde festgestellt okay wird schwierig und man kann und aus heutiger sicht kann man sagen es war definitiv mal möglich das wasser dort vorhanden war dass man dann auch sozusagen richtig das als ganz realistisch betrachtet hat dort zu leben aber allein diese existenzbedingungen das ist dass es möglich ist lassen jetzt natürlich und das ist der punkt für düstere blau schichten dann lassen natürlich keinen rückschluss darüber zu ob es denn mal nicht nach vorm leben gegeben haben könnte aber die bedingungen waren vorhanden und sie können eben ja wenn man ganz große anstrengungen betreibt mittels terraforming zumindest in der theorie auch wieder hergestellt werden ja was sind so deine deine vorstellungen zu terraforming was müsste da was habe ich kannst ruhig die absurdesten vorschläge mit reinbringen weil es wird auch wird auch so diskutiert habe ich ehrlich gesagt noch nie wirklich drüber nachgedacht ich habe mal irgendwas gelesen von eigen die in extrem riesigen mengen da die atmosphäre sauerstoffhaltiger machen könnten also ich vermute dann mal bei der zusammensetzung kohlenstoffdioxid eben in sauerstoff umwandeln also mir ist nicht so ganz mir ist nicht so ganz klar wie man das problem mit der ja gar nicht so wirklich vorhandenen atmosphäre was dann ja wohl mit dem magnetfeld zusammenhängt lösen möchte also da fragst du jetzt kurz gesagt du fragst komplett den falschen ich habe ich habe keine ahnung wie man sowas angehen würde naja wenn jemand die perfekte ahnung hätte dann wären vielleicht schon schritte eingeleitet worden aber in der theorie ist zumindest so dass man sich durch durch eine gewisse kettenreaktion dann ja entsprechende änderungen erhofft und wenn wir uns jetzt angucken was hatten wir gesagt was sind die parameter die das erschweren das ist eben der zu geringe atmosphärische druck das sind die etwas größeren temperatur bereiche von denen wir reden also abstände und ja die zusammensetzung der atmosphäre selbst und eben das fehlende magnetfeld daraus resultierend eben der fehlende dünner sogenannte dynamo effekt das heißt man müsste also die temperatur etwas temperatur französisch die temperatur etwas erhöhen und ja die dichte dann dadurch in der atmosphäre erhöhen man müsste irgendwie hinbekommen flüssiges wasser letztendlich zu erhalten ja dann ist es nicht eigentlich auch so dass das magnetfeld uns hier vor den auswirkungen von sonnenstürmen und so weiter schützt also könnte man da überhaupt ohne so ein magnetfeld im größten umfang elektronik betreiben sage ich mal also das wird im film dem asianer ja auch gezeigt dass es da probleme mit gibt weil du hast ja dann habe ich das da wahrscheinlich her ja die abstimmung ist dann eben nicht vorhanden und das ist auch ein entscheidender punkt das hatte ich vorhin kurz eingeworfen dass es dann sozusagen hinaus in die atmosphäre driftet und diese selbst wenn irgendeiner form wasser entsteht und und das ist einfach nicht diese zirkulation vorhanden es hängt dann auch wieder mit den verschiedenen schichten innerhalb unserer atmosphäre zusammen und das ist wie gesagt da will ich gar nicht so ins detail gehen weil es alles zu viel bodenständiges sozusagen zu viel geografie und geologie ja ich muss auch sagen aber ich merke schon ich fühle mich extremst unwohl weil dass ich jetzt so jedes stichwort was fällt ist so weit außerhalb meines wissenshorizontes dass ich eigentlich nur stammeln kann wir müssen ja wir müssen ja den bogen schließen um das thema irgendwie reinzubringen in düstere blau schichten um das um hinzuleiten zu vermögen vermeintlich mysteriösen betrachtungen und szenarien und deswegen dachte ich mir da ist dieses so ein bisschen das ist ja sind auch alle bei uns immer gewohnt dass das gute halbwissen aber so ein bisschen das einzuordnen denke ich mal ist nicht nicht verkehrt also also die zusammensetzung der atmosphäre ist dann eben wichtig aber man sieht man sieht wie fragil letztendlich wie extrem ja die bedingungen sozusagen aufeinander abgestimmt sein müssen und das ist ja auch wieder irgendwie sondern so ein roter faden den wir jetzt bei verschiedenen themen hier in unserer sendung hatten dass das man immer denkt ja was was für zufälle müssen da letztendlich zusammengespielt haben dass all diese ganzen komponenten dann das leben ermöglicht haben und das darauf bin ich hier auch immer wieder gestoßen dass ich dachte okay das ist ja sehr viel wunschdenken und es müssen so viele faktoren stimmen und dann sind sind wir halt in so einem bereich in so einem maßstab okay man muss verhindern dass es sich hinaus in die atmosphäre befindet dass die und andersrum aus der atmosphäre von von außen durch die atmosphäre eben diese sonnenstrahlung dringt all das ist schon ist schon eine sehr sehr enorme herausforderung aber es ist natürlich nicht so dass man sagt man muss das jetzt generell ablehnen du bist ja auch immer sehr dafür erstmal zu testen gucken theorien zu erstellen was was wäre möglich könnte man sowas hinbekommen und das ist ja an sich das kann es ja nicht verwerflich sozusagen ambitioniert daran zu gehen und zumindest zu gucken ist es in irgendeiner form theoretisch möglich aber deswegen habe ich nach den nach den methoden gefragt weil da sind wirklich absurde vorschläge auch dabei und das hat mich dann immer sehr an die die simpsons erinnert an mr burns und seinen sonnenschild als du die folge kennst wo er versucht die sonne zu verdunkeln damit er sozusagen mit der atomkraft dann wieder geld machen kann weil er ja auf solarenergie umstehen umstellen wollen weil ich das richtig in erinnerung habe so aber da wird vorgeschlagen letztendlich so eine art riesigen weltraum spiegel zu installieren der das verhindert dass es die sachen wieder raustreten und umgekehrt aber auch schützen kann vor strahlung also das sind natürlich ja ingenieurs leistungen die man sich erstmal so grob nicht vorstellen kann zumindest wenn man sieht dass ja die mondlandung jetzt auch in dem zeitmaßstab auch erst ja knapp 50 jahre her ist und man jetzt nicht großartig bis auf diese sonden was von bemannte raumfahrt dann auch noch mal gesehen hat naja also das wäre eine möglichkeit und man könnte das co2 auch versuchen das ist jetzt sozusagen mehr der chemische ansatz anstatt da so ein riesiges ding hinzubauen irgendwie zu versuchen das co2 aus den polkappen raus zu lösen und das würde letztendlich das fand ich schon wieder fast ironisch weil du weil du eingeleitet hast mit ich will versuchen hier die erde zu genießen und man muss doch gar nicht irgendwie wir sollten den den planeten schützen haben das hatten wir auch schon mal in einer unserer folgen dass du gesagt hast ja vielleicht eher mal hier anfangen sich erst mal hier um den planeten kümmern und deswegen fand ich das schon ironisch dass hier vorgeschlagen wird sozusagen treibhauseffekt herauszulösen wird zu verstärken und darüber letztendlich terraformen zu erreichen also das was wir hier zu verhindern oder verhindern versuchen das soll hier auf dem mars letztendlich dann ja gezielt ausgelöst werden und durch diese dieses auslösen von kohlenstoffdioxid kann dann so die theorie eine dichtere atmosphäre entstehen dann eben auch höhere temperaturen und der treibhauseffekt geht zu seinen gang und das könnte dann die atmosphäre beeinflussen und das sozusagen ja bedingungen schaffen die eben letztendlich dann auch mein wegen flüssiges wasser ermöglichen aber da kommen natürlich noch andere sachen ins spiel es gibt weitere absurde vorschläge tatsächlich auch die flugbahnen von asteroiden so weit zu manipulieren sie dort hinzulenken denn wir haben ja in unserer erden geschichte auch verschiedene theorien die könnten meteoriten asteroiden einschläge das beeinflusst haben das klima allgemein die gefahr dass sowas auch immer passieren kann und wie ist das auf anderen planeten passiert und da gibt es eben die die theorie dass ein früherer asteroiden einschlag das auch schon mal dahingehend verändert haben könnte dass die atmosphäre und das klima auf dem mars also könnte man es auch mit extremer technik sozusagen dann wieder so konstruieren so hinbekommen und eine dritte große fraktion sozusagen möchte dass er so auf skala mikroben bakterien erreichen also die dort wenn dann schon erste schritte die das ein bisschen begünstigen dass dass diese kleinen tierchen sozusagen dann auch überleben die dort freizulassen und das irgendwie dann auch noch zu beschleunigen also man versucht ja wieder man kann es eigentlich auf das auf den punkt bringen dafür sozusagen den den evolutionsbiologen hier in extremen form zu spielen und das ganze irgendwie so in gang zu bekommen tja aber du siehst es ist wir haben noch nichts von von solchen konkreten plänen gehört deswegen weiß ich immer nicht ob da die ja letztendlich muss ja auch ein antrieb sozusagen pull faktor vorhanden sein das könnten die rohstoffe sein das könnte und das ist ja das triste szenario denn eine zerstörung ja dieses planeten bedeuten dass man erst dann man reagiert ja auch immer gerne erst wenn alle schon wenn die kacke am dampfen ist dass man sich dann irgendwie aufmacht okay dann müssen wir jetzt weg und dann nimmt man alles an ingenieurs kunst und alles an verrückten gedanken nochmal in die hand und würde dann solche hanebüchenden versuche in die staaten so stelle ich mir das vor aber in welchem von welchem zeitrahmen wir jetzt hier reden das kann man natürlich nicht so genau absehen oder wie stellst du dir das vor wann würde man zu solchen ähm experimenten in anführungsstrichen wirklich greifen du ich muss wirklich sagen ich habe ich habe keinerlei vorstellung also das was da mit diesem spiegel du geschildert hast so hat ich das verstanden habe das klingt für mich als sei es sehr 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 weit entfernt wenn man bedenkt ähm wie man heute bei entsprechenden missionen letzten endes um jedes gramm jedes kilo feilschen muss sozusagen wie man das nach da oben bekommt zum besonders nach da hinten sag ich mal wie willst du dann einen riesigen spiegel da irgendwo installieren also das ist für mich alles humbug aus heutiger perspektive und ich schätze mal das wird es auch noch relativ lange bleiben wenn sich nicht irgendwelche unvorhersehbaren super entwicklung im bereich der antriebstechnik vollführen was sie ja vielleicht tun stichwort uap aber ja ist es tut mir leid ich kann dazu einfach nichts sagen also ich für mich klingt das alles ungefähr gleichermaßen schwierig die die diese biologischen lösungen kann ich mir da vielleicht noch am ehesten vorstellen dass aber auch auch bakterien müssen dann ja in einer bestimmten menge vorhanden sein und die muss man auch erstmal hinbekommen also ich ich weiß es nicht dass scheinbar alles merkwürdig und dann auch die erhöhte strahlung vor ort also wer will denn da leben wie kriegt man das hin mit dem magnetfeld das erscheint mir immer noch als das kompliziert ist aber ich will darüber eigentlich ich kann dazu fast mit jedem wort was ich sage trete ich wahrscheinlich in irgendein fettnäpfchen für jemanden der sich auch nur halbwegs auskennt von daher ich habe keine ahnung ich gehe mal davon ich gehe mal davon aus ich werde nicht mehr auf dem mars meinen fuß nicht mehr auf den mars setzen in diesem leben schätze ich mal wir sind ja auch kein wissenschafts- oder weltraumpodcast wir wollen das ja nutzen um jetzt den sprung davon ausgehen zu wagen äh zu gucken wie hat sich das nachher in der kultur in der kultur wieder gespiegelt was gab es da für betrachtungsweisen und was gab es für mysteriöse ähm ja experimente eingangs oder ähm ja mysteriöse vorstellung auch ich habe paar ähm ja elemente jetzt rausgegriffen mir angeguckt alles ähm was an missverständnissen als falsch sich nachher hinaus herausgestellt hat wurde letztendlich mehr oder weniger durch unseren ähm lieblings weltraumforscher carl sagan ähm letztendlich ausgeräumt der so end 70er dann gesagt hat okay da sind wir auf dem stand ich hatte vorhin gesagt 60er 70er jahre äh gab es so diese ersten sondenprogramme mariner programm ähm da hat man so ein bisschen von diesen frühen vorstellungen ähm dann endgültig abstand genommen und hat gesagt das ist alles äh quatsch das war alles missverständnis und da bezog er sich vor allem auf äh vor allem auf ähm auf ähm auf einen gewissen herrn schiaparelli ein italiener der zum beispiel 1877 ähm sogenannte canali und das ist dann schon wieder so ein übersetzungs ding ähm das wurde immer falsch übersetzt und als kanal wie man auch im deutschen sagt ähm und eben nicht dann channel ähm oder andersrum nicht canal so wie im englischen sondern channel also es geht mir so um rin es geht nicht um um echte kanäle wie man sich das sozusagen ähm vorstellt wie also nicht künstliche strukturen sondern natürliche strukturen aber trotzdem meinte er diese rin ähm könnten ähm auch wenn es keine echten kanäle sind kanali als rinne trotzdem nicht natürlich entstanden äh sein ähm er sagt ähm er hat sozusagen auch das durchs teleskop betrachtet und hat diese rinnen ähm so als Muster festgestellt und hat gesagt okay da sind ähm bestimmte Bereiche die können so nicht die sind sehen von der von der ja vom Muster und so weiter sehr unnatürlich aus und das hat man dann auch weitergetragen und das wurde hat sich in der Kultur soweit äh verhaftet dass es natürlich dann auch frühe Science Fiction Literatur gab die sich auch so damit äh beschäftigt hat das aufgegriffen hat da ist zum Beispiel ein bekanntes Beispiel ja H.G. Wells mit Krieg der Welten ähm wäre zum Beispiel ein schlechter Filmhinweis der daraus entstandene Film mit Tom Cruise ähm ähm aber da geht es ursprünglich in dem Buch das noch vor 1918 1997 veröffentlicht wurde da geht es darum dass es da eine Zivilisation gibt die vom Mars flüchtet weil dort sozusagen alles am Arsch ist und möchte sozusagen auf der Erde die neue Heimstatt finden und das hat er sozusagen diese ganzen Betrachtungen ob es jetzt von Schiaparelli war oder von anderen Astronomen hat er da so mit einfließen lassen und das zieht sich noch weiter bis in die 50er Jahre Ray Bradbury auch ein bekannter Schriftsteller ja der die Mars Chronicles geschrieben hat und dann wie gesagt mit Carl Sagan und mit den ersten richtigen Sionen den Sonden hat man so ein bisschen äh und mit natürlich mit besseren Teleskopen dann auch feststellen können ups das hat er wohl irgendwie nicht so ganz richtig gesehen ähm das sind äh mehr oder weniger optische Täuschungen ähm das sind keine richtigen Rinnen das ist dann durch die hell und dunkel ähm ja sozusagen der Abgleich und so weiter was man bei einem schlechten Teleskop dann anders sieht im Grunde genommen kann man es zusammenfassen und da er hatte eine scheiß Auflösung ähm und dann hat er sich hat er sozusagen auf diesem kleinen verpixelten äh etwas für sich genommen ähm dann sich geirrt hat er was anderes erkannt aber ich will auch noch mal unseren guten alten Carl Gustav Jung mit reinbringen der ja auch immer wieder äh immer wieder auftaucht bei uns einfach um ihn dabei zu haben und der hat ähm geschrieben on the psychology and pathology of so called occult phenomena 1902 und da ein Auszug ähm da berichtet da berichtet er von einem ja sehr jungen glaub 15 jährigen Patienten der als Medium ähm tätig ist fungiert und der soll Kontakt zu übernatürlichen Wesen aufgenommen haben und er zitiert diese diese Wesen also die Kommunikation die er mit ihnen hatte und ähm beschreibt dort dass der Mars also bedeckt ist von Rinnen die auch in kleiner Form Wasser führen und die Wesen die Marsianer so beschreibt er sie dann hätten ähm ihm das sozusagen erläutert als er diesen Kontakt hatte und gesagt dass sie eigentlich keine Probleme hatten ähm diese Rinnen so zu erstellen und nutzen sie sozusagen als für sich als Infrastruktur als Bewässerungssystem und das muss man jetzt wieder wissen ist eben 1902 wir hatten vorhin gesagt 1877 war diese bekannte berühmte Entdeckung von Schiaparelli und das ähm kann ich jetzt einfach mal so zur Diskussion bringen dass sozusagen dieses Medium ist das wieder kulturell beeinflusst warum greift Carl Gustav Jung das auf das ist schon wieder alles ein bisschen ähm naja dubios sag ich mal aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen ähm deine deinen Senf zu geben oder hast du noch was anderes im Gepäck was uns noch ein bisschen weiter reinführt in das äh mysteriöse also die Vorstellung mit Bewohnern anderer Himmelskörper zum Beispiel Mars in Kontakt zu stehen ist schon deutlich deutlich älter eine der Überlegungen die ich heute hatte war ein bisschen was zu Emanuel Swedenborg mitzubringen ein ziemlich bekannter und berühmter schwedischer Gelehrter und ja meistens wird er so mit dem Label Mystiker versehen belassen wir es mal dabei äh der auch sich ein bisschen zu Mars geäußert hat das habe ich dann aber nicht gemacht weil man eigentlich weil Swedenborg so interessant ist dass er eine eigene Sendung verdient und man vor allem das was er da über den Mars sagt auch leicht also schwierig verstehen kann wenn man nicht vorher ein bisschen was über Swedenborg an sich und seinem Denken gehört hat von daher in die Richtung habe ich jetzt nicht unbedingt was Neues ich kann aber sagen dass ich so ich will jetzt nicht zu viel spoilern man lebt ja auch immer so ein bisschen vom Überraschungseffekt aber ich sage mal so auch bei merkwürdigen historischen Nachrichten könnte irgendwann mal was in diese Richtung kommen äh das war jetzt auch sehr ungeschickt nicht gescheuert das das Vorder für Spin-Off ist auf jeden Fall da genau das ist jetzt aber wirklich nur Zufall das habe ich schon viel länger auf der Bank liegen äh was ich aber mitgebracht habe ist ja in gewisser Maßen äh ich werde heute dieses Wortspiel mit Mars nicht los in meinem Kopf ist gewissermaßen vergleichbar denn wie sich vielleicht etwas längerfristige Hörer erinnern haben wir schon mal eine Sendung gemacht zum Thema Project Stargate das war ja der Schlussname sage ich mal ähm eines Programms der US Army innerhalb dessen Remote Viewing betrieben wurde und zwar sozusagen theoretisch zunächst und dann aber auch operativ diese ganzen Bemühungen gehen gingen summa summarum dann unter wechselnden Programmnamen und auch Personenkonstellationen äh über 20 Jahre und innerhalb dieses Programmes das inzwischen deklassifiziert ist und man kann sich all die Unterlagen ohne Probleme runterladen auf äh vom FBI innerhalb dieses Programmes ist tatsächlich auch einmal mindestens einmal einmal wovon ich weiß jedenfalls der Mars ge-remote-viewed worden schön eingedurcht der Mars fern gesichtet worden ich weiß nicht wie ich es sagen soll also alle wissen was gemeint ist ich muss glaube ich aber bevor wir da hinkommen kurz ähm ach ne ist eigentlich nicht so richtig kann ich auch kann ich auch nebenbei machen das Ganze hat stattgefunden am 22. Mai 1984 ungefähr 10 Jahre vor Einstampfung des Programms das wurde dann in den 90ern hat es da eine Untersuchung gegeben wie sinnvoll das Programm ist mit zwei relativ auseinandergehenden Meinungen der beiden Experten die da herangezogen worden sind um diese Untersuchung zu machen aber unterm Strich ist es dann auf jeden Fall eingestampft worden ähm diese Remote Viewing Session hat gemacht Joseph McMoneagle der ist 46 geboren lebt auch noch ist also inzwischen in einem angesehenen Alter sag ich mal in einem Stadt stolzen Alter wie sagt man egal er ist 75 und ich erwähne ihn jetzt so prominent deshalb weil er für das Thema Remote Viewing sich zu einem bekannten Namen sag ich mal dann auch fortentwickelt hat und alle Leute die sich heute für Remote Viewing interessieren schätze ich jetzt mal also näher interessieren dürfen diesen diesen Namen eigentlich kennen und das wäre vielleicht auch immer noch gar nicht so notwendig ihn dann explizit zu erwähnen aber es ist so dass er sich auch selber zu genau diesem Remote Viewing Vorgang über den wir jetzt gleich sprechen werden geäußert hat und da Kameras mit liefen auch an mehreren Stellen in unterschiedlicher ja in unterschiedlichen Detailgraden sag ich mal unter anderem war ja auch bei Jeffrey Mischloff über den wir zufällig vor ein paar Sendungen auch mehrfach gesprochen haben auch zu Gast ebenfalls mehrfach jetzt nicht dezidiert zu diesem zu dieser Maßgeschichte aber zum Thema Remote Viewing und zum Thema Stargate und insofern dachte ich sei der Hinweis vielleicht ganz gut weil die Leute die sich dann dafür interessieren gleich wissen dass sie mit diesem Namen entsprechend auch ja Material finden beziehungsweise letzten Endes kann man das jetzt ja vielleicht dann auch als Zeitzeugen Material sozusagen betrachten er hat eben erzählt was wir jetzt hier aus der Akte nur rekonstruieren sag ich mal also 22. Mai in Virginia 1984 im Monroe Institut Herr Monroe war ja einer oder will mich jetzt nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen aber wenn er nicht der erste war so war er doch der erste erfolgreiche würde ich mal sagen Autor der sich oder weithin rezipierte Autor der sich mit dem Thema Astralreisen Out of Body Experience vielleicht Klammer auf Klartraum je nachdem wie man all diese ganzen Phänomene da einordnen möchte darüber geschrieben hat und großes Aufsehen erregt hat das ist also der Kontext und an diesem Tag hat der gute Mac Monagel von einer meines Wissens nach namentlich nicht bekannten Person die unter Anleitung einer namentlich nicht bekannten Person in diesem Institut diese Session durchgeführt vielleicht für diejenigen die mit Remote Viewing nicht so vertraut sind ihr könnt natürlich unsere alte Sendung dazu hören aber das wurde in diesem Projekt in der Regel so gehandhabt dass der Remote Viewer da ist aber er ist nicht alleine da sondern da ist jemand der ihn sozusagen durch die Sitzung führt der protokolliert der auch steuert nachfragt und so weiter und so fort also das muss man sich da nicht so als Ein-Mann-Show vorstellen und normalerweise hat man auch mehrere Remote Viewer auf ein Ziel angesetzt um dann so etwas wie ein wie ein Durchschnitt irgendwie zu ermitteln oder abzugleichen wo ähnliche Dinge auftauchen und wo nicht um die Verlässlichkeit zu erhöhen so das nur vom Hintergrund deswegen ist da eben noch eine andere Person involviert der gute Mann wusste vor der Sitzung logischerweise nicht um was es sich da handelt er hat lediglich geografische Koordinaten bekommen es gab auch dann einen Umschlag in dem der war verschlossen den durfte er eben vor der Sitzung nicht öffnen und lesen da war dann sozusagen der Kontext drin und zwar relativ kurz drei Zeilen der Planet Mars Zeit des oder wie übersetze ich das Zeit des Interesses also zu betrachtender Zeitraum könnte man vielleicht sagen eine Million Jahre vor Christus ist jetzt so ein halb gelungener Anschluss an das was du vorhin gesagt hast du hast ja auch von geologischen Vorgängen über die sich über Millionen Jahre ziehen gesprochen also insofern muss hier irgendwer scheinbar Interesse daran gehabt haben wie der Mars ungefähr eben zu diesem Zeitpunkt aussah warum auch immer es ist soweit ich das herausgefunden habe nicht wirklich bekannt von wo dieser Auftrag kam also von wo wer dieses Interesse hatte wer diese Aufgabe an den Remote Viewer in diesem Fall MacMonagel herangetragen hat da müsste ich jetzt selber nochmal in die in die Zeiten gucken aber es könnte natürlich sein dass das schon in einer der ersten Sonden Fahrten sozusagen so bestimmt wurde das war vorhin vorhin von mir der Hinweis dass man dort ja Nachweise gefunden hat dass es sich bei so einer Zeitspende von 4 bis 5 Millionen Jahren ja da noch um ein existentes Magnetfeld gehandelt haben könnte und dass Asteroiden vielleicht schuld waren dann an der sozusagen Aushebelung Zerstörung dieses Magnetfeldes also vielleicht waren das wissenschaftlich bekannte Erkenntnisse 84 und dann zu dem Zeitpunkt hat man gedacht okay möchte das mal diese Art und Weise gegenchecken ja klingt gar nicht unvernünftig Mac Monagel hat auf jeden Fall gesagt das ist jedenfalls das was ich gefunden habe ich bin da wirklich sehr interessiert dran von daher wenn ihr da mehr wisst meldet euch bitte unbedingt bei mir dass dieser Auftrag von irgendeinem Individuum innerhalb der Army kam das geht manchmal so ein bisschen durcheinander manchmal liest man auch dass das von der CIA kam ich glaube das ist ein Missverständnis was aufkommt oder aufkam weil diese Akten über die CIA sozusagen freigegeben worden sind so oder so Mac Monagel selber wusste nicht was in diesem Umschlag ist also er wusste nicht es geht um den Planeten Mars das ist sogar muss man dazu sagen was eher ungewöhnlich ist was die nicht so häufig gemacht haben solche Sachen weil das ein Ziel ist wo man die Remote Viewing Ergebnisse nicht überprüfen kann und Mac Monagel selber sagt dass er so was später sollte er was einen ähnlichen Aufbau sozusagen machen da hat er es abgelehnt weil er das für sich auch nicht mag weil er dann kein Feedback bekommt also für ihn ist sozusagen diese Feedback Schleife wichtig um sozusagen im Training zu bleiben dafür muss aber natürlich das Ziel was angeschaut wird dann auch in irgendeiner Form im Nachhinein abgleichbar sein mit dem was er dann da gemeint hat zu sehen oder wahrzunehmen also er wusste nichts und es ist davon auszugehen dass er wahrscheinlich wenn er Koordinaten einfach bekommen hat zunächst mal an die Erde gedacht hat vermutlich weil da sich wahrscheinlich 99% der normalen Aktivitäten die sie da so gemacht haben abgespielt haben denn da ging es dann auch um konkrete Dinge wie man spüre einen mit Drogen beladenes Schiff oder solche Dinge auf die da zum Teil herangetragen wurden an diese Einheit also die DAA war eine der größeren Kunden der Remote View ja soweit ich da die Tabelle mal überblickt habe so das nur als Hintergrund also kurzer kurzer Nachtrag noch weil ich das jetzt gefunden habe hier in meinen Aufzeichnung diese Mission die sozusagen für diese Erkenntnis zuständig war dass da ja vermeintlich dass das mal existierende magnetische Feld dann irgendwie sich aus ja ausgefaded hatte das waren jetzt aber eine Mission einmal 2005 und eine Theorie dazu vorher 99 publiziert also ich weiß nicht in welcher Form das dann vorher schon mal existent war aber diese Erkenntnis sozusagen ist dann eher im Bereich späte 90er Anfang 2000er aber muss ja nichts heißen okay ich werde jetzt die Koordinaten nicht durchgeben das ist glaube ich ein bisschen zu langwierig kann man auch ich werde das Dokument verlinken kann jeder für sich selber nachlesen er bekommt also einen ersten Satz von Koordinaten und die bitte sich darauf zu fokussieren und mal zu schauen und das ist jetzt ein bisschen ein Versuch ich werde jetzt so aus der Akte on the fly versuchen so ein bisschen zu paraphrasieren das ist logischerweise im Original in Englisch aber das kriegen wir schön was er da interessant ist sagt zu dieser ersten Koordinate ist dass er etwas wahrnimmt was eine Pyramide ist oder eine Pyramiden Form sehr sehr hoch in einer sehr großen Niederung oder einer depressed area kann man glaube ich Niederung nennen er geht aber weiter jetzt wird es eigentlich schon eher interessant es ist irgendwie gelblich ocker farmb da muss ich sagen da wird es doch jetzt schon bemerkenswert also der Mann weiß nicht dass es um den Mars geht und ich habe die Koordinaten mal bei Google Maps reingehauen wenn man diese Koordinaten jetzt auf die Erde anwendet dann landet man im Atlantik vor Portugal also nehmen wir mal an er hätte in seinem Kopf irgendwie so grob sich herleiten können weil er das Gitternetz das wir künstlicherweise über die Erde gelegt haben zu diesem Zweck kennt wo er da landet dann hätte er eigentlich mit was kommen müssen was aller Wahrscheinlichkeit nach dann eher wässrig ist und nicht gelblich ockerfarben also schon mal interessant finde ich das ist der Punkt wo du meintest du brauchst eigentlich Google Mars also wie analog zu Google Earth ja gibt es auch ich war nur irgendwie zu blöd für die Bedienung so auf die Schnelle beziehungsweise das war so eine Kombination aus mir und meinem etwas zu langsamen Rechner das scheint doch etwas an Rechenkraft zu brauchen der Instruktor was ist er nicht ihn jetzt mal gibt ihm dann die Anweisung in in die Zeit zu gehen also in der Zeit zurück zu gehen sozusagen und was jetzt kommt geht vielleicht so ein bisschen in diese Thematik über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben nämlich die Bedingungen vor Ort er sagt er sieht starke Wolken Staubstürme ein geologisches Problem ein geologisches Problem er sieht seiner Meinung nach die Nachfolgen von einem großen geologischen Problem Major Geologic Problem sagt er und sein Instruktor sagt ihm dann okay schau mal vor dem Problem was war vor dem Problem sozusagen und auch da schaut er hin und er sagt er sieht Berge das ist jetzt vielleicht nicht so interessant große flache Oberflächen jetzt wird es interessant Winkel Mauern oder Welle sehr sehr groß megalithisch also megalithisch große steine sozusagen wobei das glaube ich da im englischen sprach auch einfach nur dann der Ausdruck ist dafür das ist echt riesig und er geht noch weiter und er sieht sogar Leute sehr groß und dünn er sieht nur Schatten von ihnen aber sie sind so groß sehr groß und dünn sie waren da mal sind da jetzt aber nicht mehr sagt er sie tragen merkwürdige Kleidung sie wechseln dann nochmal die Position also er kriegt neue Koordinaten und dann ist er seiner Meinung nach in einem sehr tiefen Canyon sehr steile Wände da ist eine Struktur oder ein Gebäude sehr sehr große Strukturen glatte Steine also wir kriegen hier sozusagen jetzt immer mehr meinem Eindruck nach jedenfalls so das Bild von künstlicher Bebauung in irgendeiner Form und scheinbar künstliche Bebauung die recht gigantisch ausfällt von der Größe her wie wie diese Strukturen sind wie Kaninchen bebaue sagt er sehr sehr groß habe ich schon erwähnt sollte ich vielleicht jetzt nicht mehr erwähnen alles was ich sage ist jetzt sehr sehr groß alles riesig und er nimmt das sozusagen so wahr als seien die dafür gebaut worden sich darin zurückzuziehen also sich sozusagen vor ja sagen wir mal unangenehmen Bedingungen an der Oberfläche sozusagen sich zu schützen und zurückzuziehen er spricht auch von Straßen er spricht davon dass scheinbar so etwas wie eine wie eine Gruppe oder vielleicht sogar ein Individuum dort wartet auf die Rückkehr von jemandem also es entsteht so das Bild als seien manche Bewohner losgeschickt worden um Hilfe zu finden oder einen Ersatzplaneten womöglich zu finden das passt natürlich alles recht gut zu dem was wir vorhin aus der anderen Richtung besprochen haben und passt natürlich auch gut zu dem was Wells dann offensichtlich geschrieben hat er spricht auch von Wasser und so etwas wie Aquädukten Straßen Kanäle habe ich schon erwähnt also tatsächlich so etwas wie eine mehr oder weniger uns bekannt vorkommende Infrastruktur sage ich mal und wieder Pyramiden die er als wie diese Kaninchenbaustrukturen als Unterkünfte sozusagen vor gigantischen Stürmen also so wirklich zerstörerischen extremen Stürmen irgendwie wahrnimmt und ich glaube es ist tatsächlich so dass auf dem Mars recht heftige Windgeschwindigkeiten zustande kommen können korrigiere mich wenn ich das falsch erinnere aber deswegen hatte ich vorhin auch schon bei den Sandstürmen auch wieder den Bezug für alle die trotz dieses Audio-Mediums auch mal gerne den visuellen Eindruck haben immer den Bezug zu dem 2015er Film mit Matt Damon gezogen dass man da sehr eindrücklich diese starken Sandstürme sehen kann zumindest wie man sich die vorstellt und wie sie dann Hollywood umsetzt also ich merke ich habe mir die Sachen aus dem Film scheinbar halbwegs gut gemerkt aber überhaupt nicht mehr mit der Information dass ich sie daher habe das ist alles nur so wer arbeitet irgendwo im Hinterkopf rum scheinbar diese großen Wesen die er da sieht er beschreibt die Kleidung ganz leicht wie Seide aber nicht wirklich Seide eine fließende Kleidung keine fließende Kleidung sondern eine eng anliegende Kleidung und für ihn sind das ist das ein altes Volk die das da sozusagen gerade seinem Tod entgegendämmert und die das auch genau wissen er sagt sie sind philosophisch darüber also im Deutschen würde man wahrscheinlich sagen sie kontemplieren sozusagen ihr Schicksal es ist ihnen absolut bekannt sie suchen einen Weg zu überleben aber sie können es nicht sie warten eben auf irgendeine Rettung vielleicht auf irgendwen den sie ausgeschickt haben einen Ausweg zu finden und das Ganze passiert nicht so richtig da passiert nichts die Umwelt ist quasi zerstört und zwar durch sie selbst durch ihre technische Entwicklung und man bekommt so den Eindruck eigentlich einer Hochkultur die schlicht dem Untergang geweiht ist und dann nur noch so einen sterbenden Planeten sozusagen zurücklässt es spricht auch davon dass vorher da viel Vegetation gewesen sei und alles sozusagen hinüber ist also summa summarum das war jetzt so ein ganz schneller Durchgang sage ich mal ist hier das wieder zu finden was ich glaube ich heute auch viele erhoffen und ja was ich vielleicht sogar so im Bereich der Präastronautik von der ich ja bekanntermaßen nicht so der wirkliche Fan bin oder wovon ich nicht so sehr überzeugt bin oder also egal anderes Thema jetzt nicht zu lange drüber reden aber diese Vorstellung dass also in direkter Nähe Zivilisationen sind oder zumindest diese eine Zivilisation gewesen ist wir haben jetzt hier ja angeblich über eine Million Jahre vor Christus geredet weiß man jetzt nicht wie lange sich der der Niedergang war da ja scheinbar schon größtenteils vorangeschritten wer weiß wie lange sich der dann gezogen haben könnte wenn es denn irgendwie der Realität entspricht und das passt natürlich ganz gut eigentlich ins Bild wenn man jetzt der Meinung ist dass auf unserer Erde wiederum Fremde im Rahmen der Geschichte oder irgendwann im Verlauf der Geschichte aufgetaucht haben aufgetaucht sind und hier in irgendeiner Form ihre Agenda verfolgt haben da gibt es ja die verschiedensten Vorstellungen von Rohstoff sammeln zu genetische Manipulation oder Beobachtung der Menschen und 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 gibt es tausend Varianten wie man sich das theoretisch vorstellen kann und hier wäre vielleicht eine die sozusagen zu unseren eigenen Gedankengängen passt wenn wir an Terraforming des Mars denken sind dort eben die riesigen Marsbewohner offensichtlich in die gleiche Falle getappt haben ihren Planeten irgendwie aus dem Gleichgewicht gebracht und sind dann auf der Suche nach Ausweichmöglichkeiten was aber ja scheinbar nicht so richtig funktioniert also das ganze Transkript gibt schon so eher den pessimistischen Eindruck sage ich mal die Marsbewohner haben sich demnach dann also letzten Endes selbst vernichtet ich frage mich dann natürlich gleich ist jetzt schwer einzuschätzen natürlich wieder mal für jemanden ohne Hintergrundwissen in diesen Bereichen aber was würde nach einer nach einer Zeit von einer Million Jahre von einer Zivilisation noch übrig bleiben vor allem dann unter vielleicht auch besonders harschen Oberflächenbedingungen wie man sie beim Mars hat also mit anderen Worten nehmen wir jetzt mal für eine Sekunde an McMoneagle hätte da Recht gehabt mit dem was er gesehen hat wäre natürlich spannend fragt man sich wird dann der wenn dann die Mars Rover jetzt demnächst sozusagen über entsprechende Überreste stolpern hätte man die nicht womöglich eigentlich auch schon von Satellitenbildern her sehen müssen die wir ja schon flächendeckend mehr oder weniger haben soweit ich weiß ja auf jeden Fall eine interessante Geschichte und was mich daran direkt so ein bisschen gehuckt hat war halt mehr oder weniger der Anfang also gelbe Farbe und Ocker ist schon mal wieder etwas merkwürdig oder aber aber gut bei dem Anfang speziell jetzt gelbe Farbe und Ocker wo ich vorhin die ganze Zeit über das Eisenoxid gesprochen habe den roten Planeten wie bringst du das dann zusammen naja Ocker ist doch irgendwie für mich so mit rötlich oder ja zumindest nicht ganz weit entfernt aber das also viele andere Anknüpfungspunkte hätte ich da jetzt gefunden aber bei der Farbe war ich jetzt auch nicht nicht zu begeistert aber so diese anderen Schildungen ich fand das also mein Eindruck war gerade extrem ich fand es extrem interessant und bin froh dass wir diese diese komische Dichotomie zwischen ich mache jetzt wieder was ganz bodenständiges ich bringe ganz komisch nüchterne Fakten und dann kommt so ein so eine Story und man versucht das jetzt zu verbinden das finde ich gerade weiß ich nicht perfekt eigentlich ideal aber jetzt ganz speziell auf diese konkret auf die Farbe gemünzt bei Ocker dann bin ich jetzt pingelig das ist nicht nicht so also gib mal gib mal bitte Ocker bei Gelegenheit ein und guck dir also es gibt natürlich alle Ocker ein jetzt gibt auch verschiedene ne muss ja nicht jetzt dann gibt verschiedene Farbtöne also für mich geht das schon auf jeden Fall mehr Richtung Mars als Richtung Atlantik na gut ich google du hast recht also für mich ist Ocker im Tuschkasten ist das viel zu viel zu hell und viel zu gelb aber das ist dann vielleicht auch eher ein auch viel nach Kulturraum oder nach Sprache unterschiedlich und mein erster Eintrag den ich hier finde ist dass es ein Sammelbegriff zu Erdfarben ist und das kann dann eben auch ein bisschen rötlich kann ein bisschen bräunlich sein also nehme ich das ein bisschen zurück ich bin zu sehr auf mein inneres Ocker gepolt was anscheinend nicht der perfekten Realität entspricht ja naja und ansonsten die bemerkenswerten Stürme sind natürlich auch vielleicht eine interessante kann man eventuell als interessante Überschneidung werten sage ich mal das von großen Strukturen die Rede ist ist eigentlich auch so ein bisschen finde ich geht in die richtige Richtung also da sind ja tatsächlich Canyons und so weiter vorhanden die für irdische Verhältnisse ziemlich ja große Maßstäbe sage ich mal haben du hast vorhin von dem Hüstenberg erzählt also jetzt wirkt das total so als hätten wir uns irgendwie voll zusammengesetzt und hätten alles total das muss man jetzt mal sagen wirklich kein Scheiß wir haben uns sozusagen getrennt voneinander auf heute vorbereitet also deswegen finde ich das gerade so witzig dass das jetzt so zusammen das meinte ich vorhin mit diesem ganz Bodenständigen das hier jetzt zusammenfügt weil ich sowohl über diese Rinnen gesprochen habe als auch sozusagen die Geografie und den Olympus Mons genannt habe und so ein bisschen darauf eingegangen bin da sieht man vielleicht wie bodenständig Remote Viewing ist du hast mich Remote Viewed bei meiner Vorbereitung aber für mich für mich tun sich da zwei zwei unterschiedliche Felder wieder auf du wirst es ahnen dass ich wieder sage okay ich brauche jetzt aber hier eine gute Erklärung mir soll das mal genau gezeigt werden aufgefächert werden wie das funktioniert kann der Typ das selber erklären weil da bin ich jetzt wieder Hardcore Luke da muss ich jetzt da muss ich jetzt gleich reingrätschen das liegt wirklich nur an dir dass du diese Informationen nicht hast ich könnte dir jederzeit den Link zu diesem Dokumentenarchiv schicken ich kann dir aber ich habe doch die erste Folge auch schon mitbekommen von Remote Viewing das habe ich ja offensichtlich auch nicht komplett überzeigen wo er ganz genau erklärt wie das funktioniert also das das lasse ich jetzt an der Stelle nicht gelten okay dann muss ich wieder in die in die Mulder Mulder University Scaldium Mulder definitiv da also ein paar Dozenten haben sich bei mir schon gemeldet muss ich leider jetzt mal sagen die also der ist da schon so auf dem auf dem Kieker da wurde das ein oder andere Referat nicht so richtig die ein oder andere Lektüre nicht so richtig abgearbeitet wie das eigentlich geplant war im Seminar also Mulder Universität ist ein ganz heißes Stichwort also klar die die Schuldig bei mir mich da nicht umfassend jetzt informiert zu haben auf deinem auf deiner Semesterzahl der Mulder University zu sein aber trotzdem kann ich ja diese du wusstest ja auch nicht dass es heute noch um Remote Viewing gehen muss das muss man auch mal dazu sagen äh gehen wird oder doch in Ansätzen oder wusste ich das gar nicht ich weiß es nicht aber ich hab dir nichts dazu gesagt oder zur Remote Viewing zum Stichwort auf jeden Fall nicht ne ähm ja aber trotzdem kann ich ja diese erstmal das wollte ich sagen diese Aufteilung da kann ich jetzt mal ähm schon wieder die Meinung abgeben zu hm finde ich mit meinem Kenntnisstand und meinem Wissensstand finde ich das schwierig jetzt ähm mir das vorzustellen einfach vielleicht reicht da auch mal meine meine Fantasie nicht aus beziehungsweise ich will da ähm eben genau diese Erklärungsmuster haben dann muss ich eben nochmal diese Kurse buchen in der ähm Akte X University ähm aber auf was ich hinaus wollte ist der andere Part also ich bin da sofort da brauchst du hättest du gar nicht groß das hättest in zwei Minuten hätten mir da gereicht und ich war Feuer und Flamme äh mir das vorzustellen und wäre da der Erste der sagt warum nicht warum ist das nicht realistisch dass es eine Zivilisation äh sagen wir mal vier, fünf Millionen äh Jahre vorher in irgendeiner Form auf dem Mars gegeben hat ähm also da das finde ich sowohl als sozusagen begeisterter Science Fiction ähm Genussmensch finde ich das interessant aber auch rein nüchtern äh wissenschaftlich betrachtet ähm kann ich mir das sehr gut vorstellen und ich habe die ganze Zeit unsere Folge von Fermi Paradox äh dran gedacht und den den großen The Great Filter das ist ja genau also es ist alles sehr sehr mit sehr sehr geringer Wahrscheinlichkeit behaftet aber warum soll sowas nicht ähm in irgendeiner Form auch vorher schon mal stattgefunden haben und das ist dann dieser der große Bogen jetzt zurück zu dem welche Überbleibsel sind da weil das kann ich natürlich auch nicht äh vollends beantworten aber ähm man kann seiner Fantasie so ein bisschen freien Lauf lassen und wenn man jetzt von großen Asteroiden spricht da kann äh sozusagen da muss jetzt man muss sich nicht vorstellen da sind doch irgendwelche Überbleibsel von äh Zivilisation vorhanden egal welchen Maßstab die gebaut haben also es kann ja alles restlos vernichtet und sozusagen wie eine Art Restart der Planet dann nochmal mit einer anderen Atmosphären Zusammensetzung mit anderen Parametern ähm sich verändert haben also da sehe ich das sehe ich gar nicht so drastisch dass man da jetzt nichts an Überbleibseln hat du hast dich damit jetzt mehr beschäftigt also ich ich wäre mir da halt ja ich kann es halt überhaupt nicht einschätzen ich hätte jetzt gedacht okay würde man nicht selbst nach einer langen Zeit noch irgendwas finden gut jetzt muss man dazu sagen dass der Teil des Maßes den wir da jetzt untersucht haben ist ja noch verschwindend gering also ich will es gar nicht in Abrede stellen ich weiß es nur aber der Punkt mit den Mineralien die Mineralien die nachweisen dass es dort mal in irgendeiner Form sogar vermeint also sind ja Theorien vermeintlich ganze Ozeane gegeben hat haben kann die lassen ja darauf schließen dass ja das ist sozusagen oberflächlich und für uns für die frühen Entdecker per Teleskop und so weiter es sei denn sie haben sich da irgendwie vertan Stichwort optische Täuschung aber dass es da keine keinerlei Nachweise gibt und dass man erst diese Technik haben muss bis man auf das das Level dieser dieser Untersuchungsqualität kommt dass man die Mineralien so analysieren kann und das da sprechen wir ja nun mal erst vom 20. Jahrhundert dass da so die Gegebenheiten dafür vorhanden sind von daher halte ich es nicht für ausgeschlossen dass man da noch Schritte weitergehen kann und sagen kann irgendwie hat man später nachher Nachweisverfahren die noch mal stärker und genauer sind von daher und dann irgendwas zeigen dass da mal in irgendeiner Form Zivilisationen vorhanden waren also das halte ich finde ich ausgeschlossen bei dem Remote Viewing denke ich im ersten Moment aber wie funktioniert es das ist mein erster Impuls also das halte ich sozusagen für unrealistischer als dass es also wirklich mal komplett Zivilisation gab ich muss wirklich sagen Remote Viewing ist eines einer der Phänomene wo man finde ich wenn man sich damit ernsthaft beschäftigt und sich die Sachen einfach mal konkret anguckt immer der Vorwurf in der Stimme relativ schnell an den naja das hat jetzt nichts mit Vorwurf zu tun mir ging es ja genauso sozusagen ich ich habe ja das auch mit Skepsis betrachtet sozusagen aber das ist einer der Bereiche meinem Gefühl nach jedenfalls wenn man sich damit wirklich mal auseinandersetzt und sich das in Detail anguckt was dabei rauskommt und was nicht also ich bin mehr oder weniger überzeugt davon dass das in irgendeiner Weise funktioniert natürlich mit gewissen Einschränkungen was Genauigkeit und so angeht aber es gibt so viele Beispiele wo an Informationen gelangt ist die dann quasi später überprüfbar richtig waren das kann einfach kein Zufall sein irgendwas muss da dran funktionieren ich weiß natürlich auch nicht was oder wieso aber dass es funktioniert da würde ich guten Gewissens relativ viel Geld draufsetzen meine hundertprozentige Sicherheit habe ich nie man kann sich immer irgendwie täuschen aber gerade beim Remote Viewing ist das ist das ist so eins der Phänomene wo ich am ehesten direkt dabei bin zu sagen ja da steckt meines Erachtens nach irgendwas hinter und funktioniert in irgendeiner Weise warum auch immer das würde ich in der in der Prioritätenliste was die Exkursionen von DP angeht noch über Hestalen und selten in Norwegen setzen dass man zu so einem Remote Viewing mal dass man da mal ein Teilnahmeschein bekommt Zuschauerplatz dann dann würde ich mich darauf ein dann würde ich auch vorher nochmal an die Mulder University gehen also ich würde mal sagen das ist ja schon relativ aufwendig in diesem Fall gibt es ja tatsächlich relativ viele Ressourcen so verfügbar bevor man da so einen Aufwand treibt dann würde ich tatsächlich erstmal empfehlen das zur Kenntnis zu nehmen weil das ist tatsächlich interessant und bringt einen dann denke ich mal schon ein gutes Stück voran aber ja auch ich bin natürlich also wenn irgendwelche sehr irgendwelche Remote Viewer gerne ihre Fähigkeiten demonstrieren möchten bin ich der Letzte der da nicht hinguckt das ist klar bin ich auf jeden Fall immer interessiert im Wortspielmodus ja ok ja also wollen wir wollen wir ich würde sagen schon ich würde noch als Abschlusswort folgendes sagen dass uns natürlich immer nachgesehen werden muss wenn wir in anderen Wissenschaftsbereichen ich glaube wir hatten irgendwann mal bestimmt oder auch vielleicht nur in Zuschauermails unsere eigentlichen Experten Gebiete genannt aus denen wir kommen die verraten wir vielleicht auch lieber besser nicht dann wird es dann irgendwie wird man es darauf festnageln aber in so Bereich Geografie dass dann mal so das Halbwissen durchrutscht das ist doch denke ich mal zu verzeihen und der Punkt den wir machen wollten ist ja gemacht worden dass dass wir aufzeigen was sind die Gegebenheiten vor Ort dass es erdähnlich ist dass es Theorien zum Terraforming gibt und dann wie man das ja frühen 19. Jahrhundert bis späten 19. Jahrhundert gesehen hat und dann im 20. Jahrhundert im Vergleich und das jetzt in Kombination mit deinem Part zum Remote Viewing fand ich eigentlich einen gelungenen Gegensatz also da gerne mal Feedback ob man das sozusagen in so einer Art Kombination auch öfter mal durchzieht dass man versucht sich einem Thema zu nähern mit einem konkreten mysteriösen Fall beziehungsweise einer Art wie du es jetzt gemacht hast bei Remote Viewing einer Technik und dann eben versucht so einen kleinen bodenständigen Rundumschlag zu geben zum Status Quo das fand ich eigentlich persönlich ganz gut würde mich das Feedback auch interessieren ich muss sagen ich habe mich tatsächlich recht unwohl gefühlt weil ja ich wirklich nicht das Gefühl hatte da auch nur so halbwegs qualifiziert was von mir geben zu können das muss aber natürlich auch nicht schlecht sein weil wenn ich dann die entsprechend Fragen mit der mangelnden Vorkenntnis stelle dann bildet das ja vielleicht auch Zuhörer und Zuhörerin ab denen das dann sozusagen genauso geht aber ich habe mich sozusagen nicht so wohl in meiner Haut gefühlt weil alles was ich sage quasi komplett jenseits dessen ist wo ich auch nur halbwegs das Gefühl das Gefühl habe sinnvoll was zu sagen zu können von daher bin ich auch sehr gespannt wie das ja wie ihr das findet wenn wir da ein bisschen uns mal weiter aus den Gebieten heraus wagen aus dem wir sonst oder in denen wir sonst zu Hause sind oder uns zu Hause fühlen ist ja kein Geheimnis beide eher aus dem geschichtswissenschaftlichen Bereich ja also ist kein Geheimnis na gut okay nö das hat uns irgendwer glaube ich psychologisch jetzt sehr interessant dass du also sozusagen lieber die Expertenposition einnimmst und dich nicht man könntest dich einfach locker zurücklehnen und wie du gesagt hast die Zuschauer Perspektive einnehmen das ist ja auch immer jederzeit möglich ich glaube es wird eher unangenehm für mich wenn du dann eine Nachfrage hast und ich dann mal wieder geschludert habe das Problem ist halt dass ich also dass das sozusagen so weit entfernt von meinem Bereich ist dass ich halt nicht mal weiß ob meine wie ich meine Nachfrage sozusagen halbwegs sinnvoll stellen kann also ich glaube du verstehst was ich meine also ich habe grundsätzlich nicht das Problem jetzt in dem Bereich nicht der Experte zu sein aber was ich hier gemerkt habe war dass ich so wenig weiß dass ich haben wir da die die basis der fußball regeln und dann gucken wir mal wie das wie das ausgestaltet ja gut die kenne ich ja halbwegs aber da 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 muss man mir dann schmerzgeld für bezahlen nein okay ich würde sagen wir haben ich weiß gar nicht wo die Zeit so schnell hin ist es ist schon wieder recht viel zeit vergangen wir sind heute ein bisschen später dran als sonst deswegen drücke ich hier so ein bisschen auf die tube nehmt mir das nicht übel hat organisatorische gründe vielen dank fürs zuhören wie immer und ich sage reingehauen adios zuhören 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 Vielen Dank.